Was ist für Beachvolleyball? Also für Beachvolleyball braucht man erstmal ein Feld mit Sand, dann halt ein Netz, was halt entweder auf Damen- oder auf Herrenhöhe ist. Dann braucht man noch Linien und zwar das Feld ist nämlich 8x8 Meter groß. Auf jeder Seite stehen halt zwei Leute, das heißt ein Team besteht aus zwei Personen und davon ist halt einer der Blockspieler und einer der Abwehrspieler. Das kommt halt jeweils darauf an, wie man sich spezialisiert. Und ja, man darf halt dreimal den Ball berühren, bevor der rüber gespielt werden muss. Man kann natürlich auch schon beim zweiten Mal rüberspielen, aber ja, meistens sind drei Berührungen. Also die erste Ballberührung, die darf man nicht pritschen, also so im oberen Zuspiel nehmen, das ist verboten. Und auch die dritte Ballberührung bzw. die Ballberührung, die halt rüber geht, darf man halt auch nicht rüber pritschen, sondern muss halt eine andere Technik dafür anwenden. Entweder baggert man den rüber oder man schlägt den rüber. Man darf halt nur nicht pritschen. Ja, und dann beim zweiten Ballkontakt, bei dem Zuspiel sozusagen. Wenn man das pritscht, dann muss es halt auch ziemlich sauber sein. Da wird im Beachvolleyball sehr drauf geachtet. Wenn sich der Ball halt zu viel dreht oder nicht in Körperachse gespielt wird, dann wird der Ball meistens auch abgefiffen, weil der dann halt unsauber gespielt ist. Also Einsatz geht entweder bis 15 oder bis 21, kommt halt auf den Turniermodus an. Aber dann wird halt, also es wird immer nach dem Modus zwei Gewinnsätze gespielt. Das heißt, wer zuerst zwei Sätze gewonnen hat und wenn halt beide Einsatz gewonnen haben, dann geht es immer in den dritten Entscheidungssatz. Der geht dann halt bis 15 Punkte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.